Weißt du, dass das gerade wieder aufgenommen wird? Du willst dich ein bisschen wieder gestern aufnehmen. Scheiße. Okay. Dann legen wir jetzt los. Gut. Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Minecraft-LPT-Völkchen hier mit der lieben Defineer? 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 Ja. Schwer auszusprechen mit Betonung. Ich bitte nochmal genau hinzuhören. Defineer? Ja, schön. Sie achtet sehr auf die Betonung. Hi. So, was hast du da gerade gefressen? Verdammtes Fleisch. Achso. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt wieder unseren Spaß hier haben. Denke ich mal. Und wir laufen mal hier raus. Ich hab ja mal so ein bisschen offline gebaut. Ich weiß, das war ein bisschen doof. Aber ich dachte, man muss doch zumindest ein kleines bisschen hier mit. Ich hab ja ein paar Bruchsteine abgebaut. Und hab dann, ähm, einfach hier mal so ein bisschen blablabla, dass wir so einen kleinen Zuflussort haben. So, ja. Ja, was machen wir heute? Ähm, wir machen heute... Bauern. Ich hab schon mal ein paar Schweine gefangen. Damit wir unseren Fleischvorrat auch schön mäßigen können hier. Wir sind ja richtige Vegetarier. Und... Weil wir dann richtig Fleisch... So süß. Alter. Schworte. Gut, dass du weiblich bist. Hab nix gesagt. Gut. Ähm, ja, was machen wir heute? Ähm... Also, das ist eine wirklich gute Frage. Was fehlt uns denn? Was fehlt uns? Also, erstmal... Hab ich so gedacht, dass wir mal irgendwie so ein, äh, Dorf, Stadt, irgendwas aufbauen. Aber nicht hier. Weil das ist ja nur so ein Zwischenort. Ich hatte eher mehr gedacht, dass wir... Eventuell irgendwie mal so ein Fleckchen suchen, wo man wenigstens vernünftig bauen kann oder sowas. Ja. Ähm... Weil irgendwie ist hier alles so... Ich weiß auch nicht... So mager, so steinig. Und so. Und schwer. Und schwer. Und irgendwie ist hier nur Akazienholz und... Ja. Hm. Schweine! Essen! Essen! Essen, essen, essen. Wer kommt aus Essen? Hahaha. Immer nur am Essen. Mein Fleisch! Hahaha. So, da sind noch mehr Schweine. Gehen wir mal... Alter, warum fängt... Was? Ja, genau. Jetzt fängt es an zu regnen. Hä? Bei einem hier regnet es noch nicht, ne? Guck mal, es regnet genau nur an dieser einen Stelle. Siehst du das? Ich wollte schon sagen, bei mir regnet es nicht. Ja, das ist traurig. Guck mal, guck mal, guck mal, es regnet nur an einem Quadrat. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Wie geil ist das denn? Was hat der Wettergott denn heute ausgetüffelt? Stell dich mal drunter. Wusch. Stell dich mal drunter? Wir machen jetzt mal was. Hey, dusch. Ja, stell dich mal drunter. Einsam war der Tag. Ich blickte hinauf in den Himmel. Der Regen prasselte auf meine Stirn und ich dachte über meine Fehler, nach die ich begangen habe. Nun stehe ich hier. Der Regen verfolgt mich Schritt für Schritt. Oh Gott. Quadrat für Quadrat. Allein in dieser einsamen Regenwelt. Ja, allein. So. Ähm, ja. Hier regnet es jetzt auch... Hä? Jetzt regnet es hier. Wie doof ist das denn bitte? Hä, wieso regnet es hier? Es ist Sonn. Das kann ich... Da kann es nicht regnen. Jetzt regnet es überall. Bei dir auch? Im Wüsten regnet es nicht, verdammt. Hier regnet es nicht. Hier ist alles trocken. Nein, hier ist Wüsten. Hier regnet es. Und jetzt ist hier wieder alles trocken. Nee, bei mir hat sich nichts verändert. Das regt mich gerade irgendwie ein bisschen auf. Jetzt geht es wieder. Aber ich glaube, habe ich eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Ähm. Ja, ihr seid... Ihr seid alle in meinem WLAN drin. Ah. Warum lackt das jetzt? Gut. Muss ich die Folge jetzt lackfrei hier... Mit Lack und Läder hier irgendwie raushauen? So, ja. Was machen wir denn jetzt? Ähm. Was könnten wir hier bauen, schönes? Also, was für... Oh. Was? Ja. Was? Meinst du diese Löcher hier oder was? Ja, das war ich. Ich habe ein bisschen Dings abgebaut. Ich hatte auch eigentlich gar nicht vor, hier so richtig zu bauen, weil ich dachte eher, wir gehen mehr so da hoch Richtung, äh, da oben hin. Ähm, dass wir da oben irgendwie auf den Wolf rauf, genau, und dann irgendwie erstmal so voll fett so ein, so ein, ich weiß auch nicht, so ein Glasdach oder so bauen, weißt du? Also, das hier finde ich auf jeden Fall ziemlich hässlich. Genau, wie so eine Art Palast im Himmel. Diese ganzen Steine hier, da muss man irgendwas machen. Irgendwie begratigen oder zumindest die Löcher stopfen oder so. Ja. Mhm. Ähm, die Caro, die ist, hat irgendwo auch schon eine Stadt gebaut, irgendwie sowas in der Art. Die wollte ich mir auch nochmal angucken, ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung sie gelaufen ist. Müsste man mal... Achso, ja, das können wir auch machen. ...mal schauen. Fand ich auch ganz interessant mal, was die so baut eigentlich. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, aber Videos hochladen tut sie momentan nicht. Aber ich hab da sowas munkeln gehört, dass sie mit Let's Plays mal bald anfangen will. Sie zeigt mir nur den Stinkefinger. Achso, und dann... Ja. Ja, so ist das dann. Palast im Himmel. Ja, ich find das auch, aber es lackt, das regt mich grad richtig auf, dass das hier lackt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie einen Weg oder so dahin kriegen. Ich weiß nicht, warum es in diesem Spiel lackt. Es regt mich grad tierisch auf. Jetzt geht's wieder. So halbwegs. Äh, ja, ist das Eiche? Ach du Scheiße. Ja. Was? Mach Sachen. Ja. Ich dachte eigentlich so, dass wir auch mal so irgendwie mal so... Sie hat aber das Recht jetzt auch mal dazu sagen, finde ich. Aufstieg zum Wolfshaus. Okay. Hm. Also geil wär ja zum Beispiel, wenn du da oben sowas, so eine richtige riesengroße Glaswand reinbaust, weißt du, wo du dann voll fett runtergucken kannst. Weltgut. Das wär natürlich nice, aber dann müssten wir erstmal hochkommen. Also hier ist ein Wasserfall, da kommen wir zumindest schon mal ein Stückchen nach oben. Ich mach das jetzt einfach mal. Kannst ja mitkommen, wenn du dich traust. Okay, also zuerst bauen wir einen Aufstieg nach oben auf den Wolfskopf. So, und ich steig immer höher und höher und... Was ist das? Nee, ich ertrinke nicht. Doch jetzt. So. Nee, ich glaub, ich hab, äh, Hungermangel. Ja, aber ich kämpfe jetzt mal nach oben. Ich glaub, wenn ich schwimme, dann... Das ist so, wenn ich tauche, dann verliere ich keinen Hunger. Wie geil ist das denn? So. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Deswegen der Aufstieg. So. Aber zumindest sind wir hier schon mal. Jetzt muss ich mal eben was essen. Hast du auch was zu essen? Gut. Ja, ich... Ist das hier eine Mutprobe? Ich bin grad in deinem Kopf drin. Ich trau mich aber auch nicht. Ich geh mal so ein bisschen, äh... So. So, jetzt. Ähm, ja, jetzt wird's schwierig, genau. Ertrinkst du vielleicht? Nein, wird es eigentlich nicht. So. Auf geht's. Hü-hü. Aquaman. Da, 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 da. Was ist jetzt? Hallo? Ich bin fast oben, ich bin fast oben. Ja, dann ist der Körner mit. Wenn ich ein richtiges Assi bin, mache ich hier oben jetzt das Loch zu und dann fällst du halt runter. Nein! Jetzt wird's schwierig. Nein! Alter, ich hänge hier am Wasserfall. Boah, die Aussicht ist sogar. Ich hab Schweinefleisch, ein verrottetes Fleisch. Und ich kann nix mehr sehen, weil ich... So. Da. So. Hm. Hm. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich mich nach oben bauen. Superman. Nee, Aquaman. Geht's, grüß es hin? Ich wollte mich jetzt eigentlich so... So sind wir ein Stein. Warte, 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 warte. Ich mache einen zweiten Wasserfall. Oh, scheiße. Wenn es da mal klappt. Ich mache jetzt einfach mal. Ey. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wäre hier weiter runtergeflogen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Es gewittert schon wieder. Ja, ähm. Caro mag das Gewitter. Ja, Leute, ihr kennt ja Caro, ne? Ihr wisst ja, wer sie ist. Nein, scheiße. Schaut euch doch einfach mal Forrest an. So, so. Da wisst ihr Bescheid. Das muss ich dir auch erzählen, ne? Ich hatte mal so drei aus meiner Community, ne? Oder einen. Der hat dann... Der hat das Video von Caro und mir... Okay. Oh Gott. ...kommentiert, wo wir Forrest gezockt haben. Oh. Ich sterbe so. Ja, ja, ja. Und hat dann gesagt, sie hätte fettige Haare. Er stürzt, glaube ich. Dann habe ich nur gesagt, hast du Probleme, Alter? Dann komm her und sag es doch, Alter. Nein. Ich habe ihn natürlich dann einfach geblockt und sowas. Oh, es gewittert. Immer noch. Ah. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da heute nicht reagiert, so wie es sich gehört. Aber auf jeden Fall war das eine echt witzige Sache. So, es gewittert und blitzt. Ich würde mal noch sehen, was passiert. Echt? Mhm. Ja, es muss jetzt hoch... Ich komme jetzt, glaube ich, auch mal nach oben. So langsam. So, hier ist die Axt. Nein, was mache ich denn hier so? Da ist die Schippe. Jetzt komme ich hier. Nein. Ja, es regnet natürlich. Es ist ja auch im Gewittern. Ist das rein... Aber es ist YouTube, da kann man... Da sollte man schon mit solchen Sachen rechnen. So, ich kämpfe mich jetzt auch gerade mal nach oben. Echt jetzt? Das ist doch bestimmt gescheatet. Ich bin oben. Ich baue jetzt... Ich baue jetzt eine Brücke. Da oben. Ist da schon der... Guck, baut die hier so eine fette... So eine fette... Da ist ein Schwein, das kicke ich runter. Ich will sehen, wie es fliegt. Schweinchen. Komm. Buh, Buh, Buh. Fliegt. Entfallen. Ich... Ich glaube, es ist tot. Oh, es regnet. Ja. Ja. Oh, geschafft. So, ich bin auf dem Wolf. Es war ja auch erst mal Sinn und Zweck, irgendwie sowas wie einen Aufzug zu bauen oder... Ähm... Hast... Ich hoffe, du hast dann mitgenommen. Wissen wir, wo ist denn der Wolfskopf? Ich seh den gar nicht. Ich bin hier unten. So, so. Da. Achso, ich steh' gerade auf seinen Kopf. Alter. Okay. Was? Kopflose Wolf. Oder nicht. Ich vermöre. Ich vermöre. Ohoho. Ähm... Moment mal. Wir wollten ein Blas bauen, oder? Fast kopflos. Aber nur fast. Möchten wir dazu nicht erst mal Sand? Okay. Ich wollte eigentlich da, wo der Kopf... Also, ich wollte eigentlich da, wo die Lücke ist, also ein fettes Fenster rein. Weißt du, was ich das meine? Eigentlich... Ja, wir sind... Ich sag jetzt mal, von hier ist ja schon egal. Von hier irgendwo. Und dann da unten reinbuddeln. Ich mach das jetzt auch einfach mal. Ich buddel mich jetzt einfach mal in die Tiefe. Jetzt haben wir natürlich auch kein Zeugs mitgenommen und so. Ja, du stehst gerade auf dem Wolfskopf. Ich weiß nicht. Was ist da eine Höhle? Echt? Der kopflose Nick. Fast kopflos. Äh, ich muss mal da abbauen. Mhm. Zeig mir mal die Höhle. Ich mach ihm erstmal eine Fackel hin, dass wir nur wissen... Ja, erstmal... Nee, ich schreppe einfach nur nach unten und dann... Ja, willst du dort beim Kopf einen Aufstieg machen? Oder ich bin da links quasi Richtung dieses Schluchtausgang. Oder am Hinterteil. Dann gucke ich, dass ich da mal irgendwie... Wo ist eine Höhle? Meinst du? Da unten wäre wenigstens ein Pool. Gott, da ist eine Höhle. So, jetzt geh ich aber erstmal... Ich mach das jetzt mal eben. Da ist eine Höhle und die sieht ziemlich amazing aus. Ich brauch Schaufel. Willst du eine Treppe machen oder einfach runter? Ja, das ist gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie weit ich hier runter muss. Denn ich weiß es eigentlich nicht so genau. Genau. Bis zum Schluss. Und dann flüssig. Dann schreHA inert.